Auf uns. Noch da. Noch da. Wie wär's, wenn wir die Bar heute eher schließen? Wieso? Gibt's was zu feiern? Den besten Geburtstag, den Freddy jemals hatte. Wir kriegen Besuch! Komm aus! Nein! Hey! Hast du das gestohlen? Boss hat meine Schwester getötet. Und das da ist alles, was dieses Schwein besitzt. V.F.W. Was bedeutet der Scheiß? Veterans of Foreign Wars. Gut. Soldaten fürchten nicht den Tod. Du warst Soldat. So wie wir alle. Also, verhalten wir uns auch so. Wir haben das Gebiet abgegrenzt und spielen nach unseren Regeln. Das wird ein langsamer, qualvoller Tod. Du als letzter. Hör auf zu quatschen und komm her, du Wichser. Beim ersten Fehler... ...spalte ich dir deinen Schädel. Los geht's! Noch irgendjemand hier, der in meine Bar kommen will?! Noch irgendjemand hier, der in meine Bar kommen will?! ...